Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Firefox Diaspora EasyShare. Für den Browser Firefox gibt es ein Addon namens Diaspora EasyShare. EasyShare, wie man schon erahnen kann, soll das Teilen per Diaspora leichter machen. Man findet das Addon auf dieser Seite und installiert wird es wie jedes andere Addon auch. Man klickt auf zu Firefox hinzufügen und dann installiert man das Addon. Dann findet man das Addon unter Extras, Addons, unter Erweiterung und hier ist das Addon Diaspora EasyShare 0.6. Bei den Einstellungen fügt man dann nur noch die Pod URL hinzu. Das ist hier pod.eraspora.de und dann kann es auch schon losgehen. Ein Klick auf das Icon ganz unten rechts und ein Fenster zum Teilen wird angezeigt. Man muss natürlich angemeldet sein, sonst passiert das. Genau, du musst dich anmelden oder registrieren, um fortzufahren. Also vorher anmelden, bevor man irgendwas teilen möchte. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Teilen. Zum Beispiel kann man Text markieren und dann mit einem Rechtsklick drauf, dann wird ein Kontextmenü eröffnet und dann gibt es hier den Eintrag per Diaspora teilen. Oder man kann ebenso ein Bild teilen. Rechtsklick drauf und dann per Diaspora teilen. Oder natürlich auch ein YouTube Video. Einfach hier ein Klick auf die Seite. Rechtsklick und dann teilen per Diaspora. Das war Josep Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.